Ja hier ist noch mal ein anderes Set was mein Frauchen noch mit bestellt hat und wollen wir mal zusammen reingucken was da alles drin ist. Auch wird da Streampunk, Meric, so ein bisschen 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert. Mal reingucken. Weil das hatte ich hier unten. Ups. Ach das sind Blätter. Das habe ich noch nicht rauszunehmen. Mal reingucken hier. Mal gucken wo es rein. Das sind halt verschiedene Blätter. Das ist eine Aufkleber. Die wird dann ausschneiden. Das sind halt diese Blätter die man dann einkleiden kann. Finde ich klasse. Riecht auch bisschen nach Chemie. Riecht nach Buch. Nach Zeitung. Haben die auch schon mit Absicht gemacht. Wie viele sind denn da ansonsten? 20? Ja auf jeden Fall sind ein paar drin. Poolkorsetts. Weihnachten. Eine Dame mit Outfit. Jetzt haben wir hier nochmal so ein Werbeklakat. Ich glaube 25. Ne 24. Okay. Merry Christmas. Toys. Ja auch nicht schlecht. Ich finde die nicht schlecht. Bei den anderen werden sicherlich. Sicherlich Musikstück. Ähm. Noten oder sowas drin sein. Es gibt hier unzählige Sachen davon. Ich habe mir jetzt halt das auf die Wunschliste einfach mal vorliegen gemacht. Notenblätter. Ja. Das ist alles Notenblätter. Ja. Das ist alles Notenblätter. Ja. Es kommt hier ganz eigenartig. So ein richtig alter. Ich weiß nicht. So eine Mischung aus Chemie und alten. Ähm. Alten Büchern. So eine Mischung. Ja. Buch halt. Ja. Ich packe das dann halt wieder in die Beschreibung rein. Und das. Verkaufen. Beziehungsweise. Ich kann ja auch. Euch mal die Liste da mit einplanen. Da könnt ihr ja mal reingucken. Da unten in der Beschreibung. Vielleicht ist ja das auch was für euch. Der das zufällig machen will. Oder halt sammeln. Oder halt selber basteln. So basteln ist das auch für mich noch. Ich kann ja auch. Fotoalbum. Fotoalbum. So was alles machen. Also irgendwie den Lied. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber dann werde ich das sicherlich dann noch. Ausschneiden. Vielleicht noch ein bisschen für meine Maske mitnehmen. So draufklebende Stücke. Fällt mir dann schon ein bisschen mehr als Monk. Dass man dann halt das. Zertropft tupft. Und dann halt ein bisschen verbischt. Ja. Wie gesagt. Ich guck den mal in die Schreibbeschreibung rein. Falls ihr euch sowas in der Art suchen solltet. So. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.